Wenn du dich nach Ruhe und Ausgeglichenheit sehnst und wenn dir meine Stimme angenehm ist, dann möchte ich dich einladen zu einer Entspannungsreise. Ich nenne sie Esther Frost. Für diese Entspannungsreise kannst du dich bequem hinlegen. Decke dich mit einer leichten Decke zu. Wenn du zur Ruhe gekommen bist, kannst du deine Augen schließen. Atme ruhig ein und aus und lass uns beginnen. Mache dich gedanklich auf zu einem Spaziergang. Der Herbst ist fast vergangen und die Natur stellt sich langsam auf den Winter ein. Stell dir vor, du läufst einen Feldweg entlang. Mit jedem Schritt erwärmen sich deine Füße. Zuerst die Zehenspitzen, dann die Unter- und Oberseite deines linken und rechten Fußes. Die Bewegung tut dir gut. Wärme zieht von deinen Knöcheln hinauf in deine Unterschenkel sowie in deine Knie und breitet sich auch in deinen Oberschenkeln aus. Dein Blick reicht weit über die Felder. Die gleichmäßigen Flächen wirken wie vom Wind geglättet. Die Nacht hat sie mit Raureif bedeckt. Hinter den Wolken bahnen sich zarte Sonnenstrahlen ihren Weg auf die Erde. Sie lassen den Raureif auf den Feldern silbern schimmern. Nun erreicht auch dich ein milder Sonnenschein. Er streichelt dein Gesicht und erwärmt dir Hände und Arme. Zwischen den Feldern, die im silberigen Schein majestätig neben dem Feldweg liegen, läufst du weiter. Links und rechts des Weges stehen Laubbäume. Über dir breiten die Buchen, die Linden, die Eichen und die Birken ihre Äste wie ein schützendes Dach aus. In den Baumkronen halten sich nur noch wenige, bunt gefärbte Blätter. Doch auf dem Weg liegen viele dunkelbraune Buchenblätter. Du erkennst die ockerfarbigen, wellenförmigen Eichenblätter. Zudem ist der Weg nun über und über mit den herzförmigen Lindenblättern bedeckt. Auch haben sich die kleinen gelben Birkenblätter ausgebreitet. Das Laub liegt vor dir, als hätte sich ein weicher Teppich für dich ausgebreitet. Bei jedem Schritt, den du gehst, antworten dir die Blätter. Der Frost, der das Laub zusammenhält, lässt sie angenehm knistern. Ganz leicht geben die Blätter deinem Gewicht nach. Du spürst das angenehme Gefühl, wenn du bei jedem Schritt ein winziges Stück in das Herbstlaub einsinkst. Der Laubweg führt dich zu einem Bächlein. Eine dünne Eisschicht hat sich darauf gebildet. Das wirkt ruhig und steckt dich damit an. Nun kannst auch du die Ruhe um dich herum spüren. Du atmest tief durch. Frische Luft, Wärme und Ruhe dringen durch deinen Hals, in deine Brust und in deinen Bauch. Du atmest noch einmal tief durch und trittst den Heimweg an. Zurück von dem Bächlein gießt du über den Laubweg vorbei an den Birken, den Linden, den Eichen und den Buchen. Die Sonne sendet dir ihre letzten Strahlen und wärmt damit deinen Rücken. Erwärmt und ausgeglichen kannst du nun deinen Spaziergang beenden und dich ruhig und entspannt anderen Aufgaben widmen. Untertitelung des ZDF, 2020